Freunde, da bin ich jetzt nochmal wieder, wir werden jetzt auf Thomas reagieren, krasse Scheiße sag ich da einfach nur dazu, echt krasse Scheiße, er singt Bee Gees, Say the Light, ihr kennt alle dieses Lied, ich bin wirklich gespannt, wie hoch er da kommt, da kommt er noch mega verkackt, ich hatte jetzt diesen Druck kurz, Freunde, lasst die Daumen sprechen, wir schalten jetzt rein, was Thomas da vor der Jury genau abliefert, los. Hammer krass, die hoch er kommt, oder, ganz ehrlich mal, heftig, dass er so kommt, Say the Light, Say the Light, I don't want to stay in the heaven, oh, Say the Light, ey, heftig, also ich komme nicht so, da habe ich krassen Respekt vor, wir würden jetzt zwar weiter, aber bis jetzt. Ich liebe das, wenn er das sagt. Krasse Scheiße, wie zum Schluss er das auch noch singt, oder, Freunde, so hoch, heftige Scheiß, Alter, der muss recordiger, was anderes hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich, aber sieht einfach nicht so aus, muss man da einfach so sagen, daran hat es bestimmt auch gescheitert, aber krass Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen, ein hammerkrasser Auftritt, da habe ich nicht mit gerechnet, also, Freunde, wenn euch dieses Video jetzt gefallen sollte, oder hat, dann natürlich diesen Kanal abonnieren, die Glocke, betätigen, und wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder zu DSDS auf meinem Kanal wieder, bis dann.